Am Anfang muss ich schon sagen, da habe ich schon auch gerechterweise auf den Deckel bekommen. Wir haben am Anfang ja auch so ein wenig unsere Jahre mal so rekapituliert. Und da ging es ja auch teilweise auch um Themen oder um Dinge, die dann halt auch von meiner Seite nicht so cool waren. Dass meine Frau wirklich mal gesagt hat, guck mal, damals hast du das und das gemacht oder vor acht Jahren oder vor zehn Jahren war das so und so und es hat mir nicht gefallen oder das hat mich verletzt und so. Und da muss ich schon sagen, da gab es schon die ein oder andere Situation. Da lag ich dann so im Bett und dachte mir so, oh Mann, halt, jetzt einfach Deckel über den Kopf ziehen und einfach verschwinden.